Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Far Cry 4 Ich hab mir jetzt freundlicherweise schon mal rausgenommen, hier zunächst Mission zu fliegen Hab glücklicherweise unterwegs noch einen Gyrocopter gefunden, der jetzt gerade ein bisschen nach unten abhagelt So, und bevor die uns jetzt hier hart abfacken und mich die ganze Zeit nerven, ja natürlich Das sieht mir nach Longinus aus Ich würde das einfach mal sagen, wir hören uns mal an, was der gute Kerl uns so zum Bitteilen hat Okay, sieht doch nicht nach Longinus aus Amita AJ, gerade rechtzeitig, Pagans Sendung fängt an Worum geht es? Keine Ahnung, aber gleich werden wir es wissen Liebes Volk von Kyrat Sicher seid ihr alle erfreut zu hören, dass die Berichte von meinem Tod voll und ganz übertrieben sind Ich lebe noch und alles ist gut in der Welt Doch Leben heißt Fortschritt Und ich beschwöre dich, Kyrat, mich als Vorbild anzusehen und als den positiven Einfluss, der ich bin Fortschritt erfordert Stärke Eine Stärke, von der ich weiß, dass ihr sie besitzt Ja, kürzlich kam es zu einem Fortschritt in meiner eigenen Organisation Miss Nu und Paul de Pleu haben nach langjährigem, treuem Dienst neue Herausforderungen gesucht Sicher pflichtet ihr mir bei und wünscht ihnen bei ihren neuen Aufgaben viel Glück Doch wie sie müssen auch wir vorausschauen, nicht zurück Der Attentatsversuch auf mich ist nicht mehr als ein Symptom von Fortschrittsverweigerung Seid beruhigt Yuma Lau, meine vertraute Kommandeurin, die unsere Bergbauaktivitäten in der K.E.O. Anlage überwacht Steht zwischen mir und jedem Möchtegern-Attentäter Sie würde eher sterben, als zuzusehen, wie mir ein Leid geschieht Versucht es nur, ich bitte euch Und stellt ihre Entschlossenheit auf die Probe Zum Mitschreiben Fortschritt ist gut Begrüßt ihn Euer König lebt noch Vorlockt Yuma steht eisern wie ein Wachturm Und wartet Kommt doch Klingt nach einer Herausforderung Die Minen Du weißt Bescheid Aha Vergeltung Ja gut, einen Gyrocopter habe ich noch 420 Meter Bevor wir gehen, sack ich erstmal noch kurz die Kisten ein Achso, ja stimmt, das habe ich ganz vergessen Wie ihr seht bin ich jetzt mit einer Armbrust ausgerüstet Ich habe die mal freundlicherweise für den Bogen eingesetzt Weil der Bogen ist schon eine klassische Waffe Und der ist eigentlich auch immer so die Waffe Die man, finde ich, zumindest standardmäßig mal gespielt haben muss In einem Far Cry Naja, mal einsteigen wäre vielleicht eine Option Kollege, jetzt Aber Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen Sie hat ein besonderes Talent, dafür jedes Kennenlernen zu versauen Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge Sie schließt abkommen mit meinen Käufern weltweit Passt auf Nuhe und Deplöhe auf und führt nebenbei noch meine Armee Naja, bis sie anfing, sich für den küratischen Aberglauben zu interessieren Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sich die Berge schickt Um magische Gemälde oder sonst was zu finden Ich bin ganz aufgeschlossen als verschmerzbarer Verlust Haben wir ein paar Gern kurz unterbrochen Ja, was ich wegen dem Bogen sagen wollte Und zwar die Armbrust Ist ja jetzt in Far Cry 4 neu dazugekommen Und ich wollte sie einfach mal ausprobieren Weil ich glaub, ein riesen Vorteil davon ist Dass sie, glaub ich, eine bessere Durchschlagskraft hat Ich bin mir nicht sicher Ich weiß es wirklich nicht sicher Aber ich könnte es mir gut vorstellen Dass die Armbrust ein bisschen stärker ist Und vor allem, und das ist halt gerade in Kampfsituationen Wo es halt schnell gehen muss, dass man nicht entdeckt wird Ist eine Armbrust von dem her besser, weil man nicht spannen muss Also du bist ja hier direkt auf Aufzug Ich lass Aha, alles klar Du bist ja hier direkt auf Zug und kannst dann eben gleich abfeuern Ohne dass du das groß nachladen musst Damit halt auch deine Reichweite dann noch Dementsprechend natürlich Äh, wie sagt man denn? Nicht gefahren Was, was wollte ich denn sagen? Gewährleistet Genau, gewährleistet ist So, und wie Pargan das ja vorhin schon andeutete Jetzt entdecken wir, glaub ich, erstmal einen Ort Nehme ich zumindest an Ja Und jetzt unterhalten wir uns mal mit der netten Dame Über jegliche Dinge Bist du hier durch? Ja, okay Wo geht's denn hier lang, wenn ich fragen darf? Okay, hier also auch nicht Hä? Ja, von da kam ich Wo soll ich, hä? Wo soll ich denn sonst lang? Hä? Hier ist zu Wo soll ich denn sonst hin? Hä? Ich blick's gerade nicht so wirklich Wo soll, hä? Wo soll ich denn hier hin? Also laut, laut Mission müssen wir auf jeden Fall da rein Also zumindest Ich befinde mich im richtigen Gebiet Aber Wo? Ja, jetzt wird's mir angezeigt Hä, was ist das denn für ein komischer Scheiß Okay Oh, jetzt kommt die wieder mit ihrem fehlenden Staub, ey Oh, nicht schon wieder Shangri-La, ey Bitte nicht Erwärmlich Hagar schickt einen Knaben, um mich zu töten Nach allem, was ich für ihn getan habe Bevor deine Ruhe von Mutter kam, war er furchtlos Niemand konnte es mit ihm aufnehmen Dann kam deine Mutter Deine Lieber der AJ Was? Lieber der AJ? Sicherheitsprotokolle? What? Oh man Okay Also Shangri-La ist nicht so meins, muss ich dazu sagen Ich weiß nicht, wenn das jetzt hier auch so eine Mission ist, wo man 8 Milliarden Leute töten muss Irgendwie so komische Karnevalskollegen, die mit der Maske über den Acker rumtropäden Er war gebrochen Weiß ich nicht, ob das meinem Wunschlevel entspricht Aber so, meine Favorites sind hier eigentlich kurze Also sagen, wenn ich jetzt eine Zeitspanne nennen müsste, wären es so an die 20 Minuten Aber auch einfach, weil ich das vom Aufnehmen her immer ganz angenehm finde Und dann halt knackig, aber mit viel Action Ja, ich habe natürlich wieder keine Ausrüstung, aber den Kletterhaken Den habe ich natürlich wieder mit am Stüssel So wie sich das gehört Ach, der ist auch schon Ja, entscheide ich mal Und jetzt haben wir hier den Bogen of Doom So sehe ich das Oh, Kopfschuss, ne, ist der schon Oder sowas Aha, und wie Haben mich jetzt alle entdeckt Was geht denn jetzt ab? Ach komm, das ist doch assi Fuck, was? Lol, was ist denn jetzt? Ambre, hallo Mach mal Oh, ich verstehe Da brennt er Und das Erste, an was er denkt Ist den Pfeil sich aus dem Arm zu ziehen Das ist doch echt eine inkompetente Missgeburt Ganz ehrlich Oh, Junge, Junge, Junge Oh, ja, kommt hier im Pfeil Ja, gucken Sie ihn nochmal an Sehr schön Fuck Von da auch Ich habe es bauen wie neu Was war das denn? Ach, der Kollege hat Feuerpfeile Ja, löscht das Feuer Oh, löscht das Feuer, Kollege Also das hätten sie echt besser machen können Dass wenn man brennt, dass dann automatisch das Feuer als erstes gelöscht wird Ja, komm Oh, meine Fresse Ja, natürlich Ja, komm, mach fertig So, wo ist Da unten ist noch einer Ja, meine Fresse Wie oft treffen die denn? Ja, so, so Hyper Elite-Sniper Ja, so funktioniert es schon mal nicht Das ist mir klar Bringt es denn was, wenn ich, wenn ich die komischen Ja, das bringt anscheinend was Das scheint mir falsch WTF Warte oben Ja, das sehen wir dann noch Wer hier wen bricht Also unsere Ausrüstung im Shangri-La Ein Kletterhaken und ein Bogen, der erscheint Sobald man länger zielt irgendwie so eine Verkürzende Funktion hat Hier geht es weiter Das wäre so eine Kletterhaken-Aktion hier Wo muss ich denn hin? Ah, da Okay, hab's gesehen Seid ihr eigentlich inkompetent? Häng dich doch da jetzt ran Nein, was machst du denn? Ach, du Idiot Geht doch Ja, jetzt So Okay Nochmal nach Hinten Und dann Zuck So Zwischendurch mal heilen Sabal Takjen Ja, wieso? Ich muss hier rein, scheiße Warum hab ich denn jetzt schon wieder keinen Bogen? Dann trifft mich der Asi denn? Richtig scheiße Das heißt, mit dem Shangri-La ist mir ein bisschen zu abgespaced, ganz ehrlich Okay, ich bin anscheinend vollgeheilt Boah, WTF, was war das denn? Ah, da ist ja schon Juma Nackt Ist doch nicht nackt Ja, drehe ich mir um, Kollege, da steht es bestimmt Mähte, du schaust mir schon so ein bisschen kritisch aus Wir wissen beide, was du willst Was geht bei dir schief? Kein Spielzeug im Bett So ein Maskentyp ist immer dabei Ich verstehe nicht, was du sagst Er ist doch Asi Zeit zu sterben Zeit das zu tun, was Pagan nie selbst tun würde Zeit nicht zum Töten und die Asche deiner Mutter den Schweigen zu geben Was? Wo ist er denn jetzt hin? Oh, ja, die treffen aber auch immer, ey Das ist Von wo denn jetzt schon wieder? Ich habe hier auch überhaupt keinen Überblick, ja Was passiert denn, wenn wir hier Geht da irgendwas kaputt? Töte Kalinang Wer zur Hölle ist Kalinang? Jetzt ohne Flachs Wer ist das? Boah, Junge, die haben aber auch einen Aim Das ist so übertrieben, ne Die haben so ein übertriebenes Aim Das ist so unnormal Schalte Per Takedown aus Aha Und jetzt? Welcher Affenkopf kommt jetzt? Ey, die waren mal auf unserer Seite Fick Scheiße Hallo? Ich habe sie doch davor schon mal getroffen Wo? Wo ist die Missgeburt? Ja, über drei Die haben einen Aim, Alter Das ist krank Das ist doch Scheiße Ganz ehrlich Was haben die denn für ein verficktes Aim? Ohne Witz Und vor allem Wie oft die schießen Wenn sie sich nicht bewegen würden Würde ich ja sagen Wegen mir Okay Ach komm ey Wenigstens Ja Laber nicht so lang Mach hin Zeit dich zu töten Und die Asche deiner Mutter Den Schweigen zu geben Hahaha Ich ziehe den Pfeil da raus Oh Gott Wenn wir ihn mit einem Schuss Wo? Mann, das kann doch nicht sein Töte Kali Namen, Alter Ja Nein Fick Scheiße Na Mann Das ist doch behindert Mit dem wir Auto aimen, Alter Ich sehe die Leute nicht Ich habe einen Scheiß Aim Dann kommen da solche Mongos um die Ecke Die die gleich kaputt ficken Ja Ist okay Laber nicht so viel Mann Du gehst mir auf den Sack Erstmal heilen Der Typ wird noch eine Weile da liegen Hallo, warum muss ich den Zweimer töten? Das ist doch auch total unlogische Scheiße Ich meine gut Wenn man sich jetzt im Shangri-La über Logik beschwert Ist man glaube ich am falschen Ort Aber Ist der gleich tot? Natürlich Ja, immerhin Immerhin den Tiger schon mal Ja, kommt noch her Oh fuck, fuck, fuck Ja Ist okay, Kollege Ist okay, wir haben es gemerkt Also ein Kopfschuss Wo ist denn der? Ich habe den noch getroffen Oh Leute, ihr geht mir auf den Sack mit eurem aim, Alter Ein Weg, dass ich wieder das kann Und ich sei Wo ist der Scheiß Wo ist der Scheiß Wo ist der Scheiß Tiger Der macht mir eigentlich am meisten Sorgen Ja, wenn ich wüsste, wo der ist Töte Carlinang Ja, habe ich doch Schon zweimal Verdammte Scheiße So jetzt Ja, komm, alter Arschlecken Nein Nicht nochmal Nicht nochmal Mann, alter Das ist doch nicht normal Das ist doch nicht normal Das Level geht mir schon richtig auf den Sack Ja Und dann immer von vorne Ey, ihr seid doch echt pissbacken Ganz ehrlich Meine Fresse Ehrlich Also Was soll denn Also das geht mir hier richtig auf den Sack Ja Komm raus Natürlich nicht Und wo denn schon wieder Ich werde gleich wieder von links beschossen Anstatt dieses Scheiß Feuer zu löschen Zieht er sich einen Pfeil aus Im Arm Dieser Mongo Das ist doch nicht logisch Also Er ist bei Far Cry 5 nicht ändern Kriegen sie aber echt auf den Sack Ja, halt die Fresse jetzt So, Standardkill Weil, wer ist das denn? Du hast in dem ganzen Spiel noch nicht einmal Bezug zu dieser Person gehabt Unabhängig davon, ob sie real oder halt Nicht real ist Ja, komm Jetzt So, zack Ich wollte nur ganz sicher hin Komm her, komm her Das ist doch jetzt nicht dein Ernst Verstecken kannst du dich ja auch nicht Ja Sag ich doch Es ist scheißegal, wo du dich versteckst Du wirst überall gekillt Heilen kannst du dich auch nicht Alles scheiße hier Ja Natürlich war der nicht trocken Komm, Arschlecken Geh mir nicht auf den Sack hier Ganz ehrlich Ja Oh, es ist Mann Was ist das denn für ein Scheißlevel Ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr drauf Das ist doch behindert Und dann immer von vorne Vor allem, warum killen wir Wie oft soll ich den Mongo denn noch abknallen Und dann immer die Spasten, die hier ehrlich So, komm Spawnt So Der scheiß Tiger Komm her So Hier ist der Schuss von da drüben Was Wo ist er Gott, hallo Wo ist er Wo ist er Wo ist der Mongo Ach da unten Oh Leute Ihr macht Ich küre Ganz ehrlich Ich sehe Ich sehe die Leute nicht Es tut mir leid Ich sehe sie nicht Ich sehe sie einfach nicht Werf den Pfeil doch einfach weg Dann ist gut Alle sind zufrieden Na Na Gott Dead aim So Ich Ich habe Die Mission Geht mir schon wieder so auf den Sack Ich mache auch hundertprozentig was falsch Weil es kann so lange nicht dauern Warum wurde der Schuss Es geblockt Ich schieße ihm noch mitten in die Fresse rein So Jetzt schnauze voll hier Ich gehe wieder da hoch Das funktioniert ja anscheinend ganz gut Ich Habe ihn Jetzt Bereits So Löscht doch Junge Löscht das Feuer Ganz ehrlich Du bist so behindert Das gibt es gar nicht Warum kann ich da jetzt nicht rein Ich schieße jetzt einfach mal Alle leuchten Dinger hier Ich schieße jetzt mal kaputt Einfach nur um zu gucken Ob es an denen hier liegt Löscht das Feuer Ja Schlechter zielen geht gar nicht mehr Weil was sind wir denn Boah schon wieder bei 30 Minuten Für so eine Kack Mission Ich Was ist Was geht denn jetzt ab Löscht doch das Feuer Du Mongo Meine Fresse Alter Das gibt es doch nicht so Inkompetent Kann man nicht sein Der blickt es einfach nicht Der blickt es einfach nicht So Zack Oh Mann Alter Wie behindert bin ich denn Ich habe keine Ahnung Ob es daran liegt Aber das wäre der einzig Plausible Grund Den ich jetzt aktuell Noch so zur Verfügung hätte Um das ganze Dilemma hier Zu erklären So was sind noch welche Da hinten ist noch einer Aber die controller eskaliert Hier völlig Wo haben wir denn noch welche Vor allem was leuchtet Dann hier noch so Geht es das Ding eigentlich kaputt Schießen Schnauze voll Ganz ehrlich Das Ding noch kaputt Erstmal warten Ich könnte kotzen Wenn ich sowas spiele Also das muss ich sagen Auch wenn ich gegen das Spiel Eigentlich nichts einzuwenden habe Rein steuerungstechnisch Schon weiß es ich Ja Aber das So scheiße zu machen Also da wirklich Da gehört schon einiges dazu Warum bewegt er sich immer dann Wenn ich gerade schießen will Hä wo ist er denn jetzt hin Ganz Für den Tiger Ich weiß nicht wo er ist Aber ich glaube ich habe ihn gefunden Komm heil dich bitte Wir haben nicht mehr viel Spielraum Mehr treffen wie beim ersten Schuss gerade kann ich auch nicht mehr So Jetzt pass auf Jetzt kill ich dir noch ein einziges Mal Und ich hoffe Dann ist eine Ruhe Oh endlich Meine Fresse Ist Mute auf Zeit Ganz ehrlich Ja 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 genau Einmal komplett durch Nochmal Und nochmal Alter Ja So ist es gut Oh man Oh oh man Sag mir nicht dass ich in diesem Gefängnis bin Gut Sieht wie der Tempel von gerade aus Vergeltung Mission beendet So Erfolg war geschaltet Hatrick Gelobt Das ist der Wille Kyras Mohan blickt wohlwollend auf dich herab Bruder Und ich stolz auf alles was du hier erreicht hast Pagan ist der nächste AJ Und dann ist es vollbracht Wir sind frei Ja Also ihr habt es gehört Es gibt nur noch einen Ich muss auch ehrlich sagen Ich bin jetzt sehr froh Dass wir aus dem Laden wieder draußen sind Denn so langsam Hat man ja vielleicht gehört Upsa Wurde ich etwas Ich möchte nicht sagen Wütend Aber ich denke Es trifft es doch relativ gut Und damit Haben wir jetzt eigentlich Nur noch einen Hauptgegner In der Mission Vor uns Allerdings Weiß ich nicht Wann dieser dran ist Wir können mal kurz gucken Wo die nächste Mission ist Die findet hier statt Hm Ich könnte ja schon mal Naja Das war natürlich wieder sehr feld Super Auch mal wieder eine Heilspritze Tut auch mal wieder gut Ähm Zumindest überbrücken wir den Berg dann schon mal Zumindest halbwegs Vielleicht können wir da nochmal fliegen Ich weiß es nicht Weil dann würde ich einfach davor Pausieren Ich weiß Es ist eine Kiste Ich habe sie gesehen Oh ist das nicht sogar das Lager Wo wir gerade waren Wer muckt auf Hä Hat jemand ein Problem Ach guckt einer an So ich sehen Ich entschuldige mich auch Übrigens gerade für das Abgrundtief schlechte Aim was ihr Mit ansehen musstet Ja komm Laber mich nicht voll So weil ich fliege da jetzt einfach schon mal hin Und wir machen das dann einfach im nächsten Part Denn Ich habe mir eigentlich heute vorgenommen Das Spiel durchzukriegen Das heißt ich mache jetzt eine Aufnahmesession Beziehungsweise Werde ich die Parts dann immer extern auf dem Laptop Rechner Rechner Nein auf dem Laptop rendern Das wollte ich sagen Oder kodieren Und dann nebenbei noch aufnehmen Das ist eigentlich so der Plan der Nüchternheit Dementsprechend werde ich Ja Kollege ist Ja Ist okay Ist okay Dementsprechend werde ich Einfach Ja Mal So komm Fliegen wir extra tief Dass hier unser Kleiner Willi Nicht gleich wieder losheult Und dann werde ich da jetzt einfach drüber pausieren Beziehungsweise den Part beenden Und dann geht es halt in der nächste Aufnahmesession weiter Sag mal Was ist denn los bei dir? Nichts rettet die Geisel Am Arsch rettet die Geisel Ich habe gerade andere Sorgen Okay aber Wir merken das Spiel neigt sich dem Ende Wie gesagt Alle Gegner sind ausgeschaltet Bis halt Den um den es eigentlich geht Und zwar Pagan Dementsprechend würde ich auch sagen Beenden wir den Part einfach hier oben In der Luft Genießen nochmal Den Ausblick Im Himal Junge, Junge, Junge Ne Jetzt ist es aber auch mal langsam gut hier Im Himalaya-Gebirge Gucken wir uns das alles nochmal an Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Part Beim nächsten Mal Beim nächsten Part So rum Haut da rein Tschüssigowski Und ciao Tschüssin